Selbstversuch Ketaminen gegen meine depressive Phase Teil 1 Es ist sehr schwer für mich dieses Video zu machen, weil es echt hart sein wird, das Video so zu machen, dass es nicht falsch interpretiert wird. Dass die Leute dieses Video nicht als Vorwand nehmen, Drogen zu nehmen zu Zeiten, wo es nicht kontraproduktiver sein könnte. Einer der größten Faustregeln beim Drogenkonsum ist, dass man Drogen nur nehmen sollte, wenn es einem psychisch gut geht. Ich muss gestehen, dass ich diese Regel gebrochen habe. Ich möchte nun erklären, warum es dazu kam und werde das Thema etwas nuanzierter betrachten. Ist es wirklich immer ein Ticket in die Hölle, wenn man diese Regel bricht oder gibt es Ausnahmen und was sind diese Ausnahmen? Warum gibt es diese Regel überhaupt? Im Falle von Drogen, die tendenziell dazu geeignet sind, die Probleme zu überdecken, ist der Grund der, dass die Abhängigkeit fast garantiert ist, wenn man es in schwierigen Zeiten nimmt. Also wenn man eine traurige, depressive Zeit hat und dann Alkohol, Speed, Koks, irgendwelche Opiate, Benzos nimmt, werden einem diese Probleme instant egal. Man wird ziemlich sicher immer wieder und wieder zur Droge greifen, um sich kurz gut zu fühlen und die Probleme ignorieren zu können. Häufig ist es sogar so, dass man Drogen vorher schon in vernünftigen Abständen ab und zu genommen hat und davon ausgegangen ist, dass man jetzt nicht der Typ ist, der von irgendwas abhängig ist, dann aber ein schwerer Schicksalsschlag kommt und man dann schnell abhängig wird. Genau genommen kenne ich kaum eine Suchtstory, die sich nicht genauso zugetragen hat. Und gerade eben, weil ich so viele Storys kenne, bei denen es sich so zugetragen hatte, war es mir verdammt wichtig, im Jahr 2019, wo ich über ein paar Monate hinweg aufgrund von Ereignissen in meinem Leben eine verdammt depressive Phase hatte, keine Drogen zu nehmen, die meine Probleme überdecken können. Es gibt kein Jahr, in dem ich weniger Drogen genommen habe als 2019. Ich habe wirklich kein einziges Mal Drogen genommen, um meine Probleme zu überdecken. Aber, wie ich schon angedeutet habe, habe ich jetzt nicht komplett auf Drogen verzichtet. Und zwar habe ich fast ausschließlich psychedelische Substanzen genommen. Was nicht heißt, dass es auf jeden Fall klar geht, in solchen Zeiten solche Substanzen zu nehmen. Denn wenn man es in so einer Phase nimmt, ist die Chance eines Bad Trips immens erhöht und es gibt auch Berichte von Menschen, wo sich die Situation nach so einem Trip verschlechtert hat. Auf Psychedelika ist man sehr leicht beeinflussbar und im Worst-Case-Szenario verfestigen sich negative Denkmuster durch den Rausch noch umso mehr. Aber, weil genau so eine Änderung zu positiven Denkmustern möglich ist, habe ich diese Regel eben ein paar Mal gebrochen. Genau genommen hatte ich in der Zeit zwei LSD-Trips, eine Ketamin-Erfahrung und noch ein paar 2CB-Erfahrungen. Sehr wichtig war dabei, dass ich bereits mit den Substanzen vertraut war, also wusste, dass ich zumindest vor dieser Lebensphase gut drauf klarkam. Es gibt ja durchaus viele, die nicht mal auf solche Substanzen klarkommen, wenn ihr Leben gerade perfekt ist. Wenn dieser Typ Mensch das dann zum ersten Mal in einer schwierigen Phase seines Lebens nehmen würde, wäre das vermutlich verheerend. Und um auszuschließen, dass sich negative Denkmuster auf dem Trip zu sehr in meinen Kopf brennen, ließ ich die Trips nur in Begleitung von extrem positiven Menschen stattfinden, was eigentlich immer eine gute Idee ist. Mein erster LSD-Trip in die Richtung war, als ich gerade mit Freunden auf einem Urlaub in Kroatien war. Am zweiten Tag nahm ich Ketamin, weil diesem Stoff ja eine antidepressive Wirkung zugesprochen wird, die auch nach dem Rausch anhält. Selbstversuch, Ketamin gegen meine depressive Phase, Teil 1. Der Toaster ist schon besetzt, Leute. Ihr könnt euren Toast nicht mehr toasten, der Toaster ist schon besetzt. Leute, 3 zu 1 über die Nähe, das ist normal, 3 zu 1 normal. Ich bin normal. Während des Rausches ging es mir zwar ganz gut, aber am nächsten Tag ging es mir eher komisch, also definitiv nicht, was ich mir erhofft hatte. Ja, hat leider nichts gebracht. Das Ganze geht an ihm. Er geht so. Jetzt, oh mein Mann. Andere berichten darüber sehr Positives. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Wirkungen von Person zu Person sind. Und am vierten Tag hatte ein Großteil der Freunde Lust auf einen kleinen LSD-Trip. Und weil ich an dem Tag besonders depressiv war und die Tage davor auch gar nicht richtig schlafen konnte, war ich sehr unentschlossen. Aber eine depressive Phase geht oft einher mit einer gewissen Gleichgültigkeit, sodass ich irgendwie keine Angst davor hatte, dass meine Stimmung durch den Trip schlechter werden könnte und mir dann einfach 100 Mikes Acid in mein Wurstbrot gemischt wurde. Zu dem Zeitpunkt war ich mega der Eckart Tolle-Fan, weil viele seiner Tipps sehr gut dazu geeignet sind, das Denken in eine positive Richtung zu lenken. Mehr im Moment zu leben, als über negative Dinge nachzudenken, die in der Vergangenheit passiert sind oder in der Zukunft passieren könnten. Ich hatte mir für den Trip jede Menge YouTube-Videos und Audiobücher von Eckart Tolle auf mein Handy geladen, in der Hoffnung, dass sich seine Aussagen auf dem Trip viel eher einbrennen. Leute, ich höre mir jetzt Eckart Tolle an, während ich hier auf diesem LSD-Trip bin. Obwohl ich vor dem Trip wirklich keine gute Stimmung hatte, wurde ich während des Trips wirklich sehr euphorisch und glücklich. Ich bin ein Math-Head-Actor. Dass solche Drogen alle Emotionen, die man vor dem Trip hat, verstärkt, stimmt also scheinbar nicht immer. Jeden Tag esse das gesund. Ich konnte wirklich deutlich eher im Moment leben und mich daran erfreuen, dass ich mit meinen Freunden gerade eine geile Zeit verbringen konnte. Weisheit des Tages, höre niemanden zu und lebe in einem einfachen Moment, wie Eckart Tolle sagt. Doppelt gemoppelt. Der Trip war von allen Trips in solcher Dosierung mit Abstand der schwächste. Während ich sonst immer bei einer solchen Dosierung komplett den Verstand verliere und nicht mehr richtig ansprechbar bin, war ich da geistig durchgehend erreichbar. Bei dem Part des Trips, wo ich sonst immer in die Phase gelange, wo ich nicht ansprechbar bin, hatte ich eine kurze Phase der Trauer. Aber es war eine sehr befreiende Trauer. Und ich war zu diesem Zeitpunkt des Trips nicht der Einzige aus der Crew, der etwas wässrige Augen hatte. Am Ende des Trips hatte ich voll Lust bekommen, einem kürzlich gewonnenen Freund zu schreiben, der keinerlei Erfahrung mit sowas hatte, dass ich unbedingt mal mit ihm LSD nehmen muss, was dann auch ein paar Monate später passierte. Die Aufnahmen von diesem Trip kennt ihr. Die positiven Vibes des Trips hielten definitiv noch ein paar Tage danach an. Die depressive Phase kam nach dem Urlaub allerdings schon zurück. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der Trip nachhaltig zu meiner Genesung beigetragen hat, würde aber schon darauf tippen, weil ich mich immer sehr gerne an diesen Trip erinnerte. Der Gedanke an diesen Trip konnte mir also das ein oder andere Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das tut es genau genommen heute noch, zu Zeiten, wo es mir wieder gut geht. Simon sagt also, ich soll Drogen nehmen, wenn es mir nicht gut geht. Nein, ich habe lediglich meine Erfahrung geschildert. Das Ganze kann auch genauso gut nach hinten losgehen. Bitte orientiert euch da nicht nach mir, sondern lest euch auch Geschichten durch, bei denen es schief ging. Vielleicht eignen sich ja die Kommentare dazu. Also, falls ihr mal Drogen in einer schwierigen Lebensphase genommen habt, schreibt in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist. Am ersten Tag hat mich der Weg zum Strand voll genervt. Aber mittlerweile denke ich mir so, eigentlich ist der Weg geil. Vielleicht sogar geiler als der Strand selbst. Vielleicht ist das auch so eine Metapher fürs Leben. Die wollen alle zum Strand und vergessen dabei, den Weg zu genießen. Und vielleicht bleiben manche auch vor dem Strand stehen und bauen ein Camp auf. Und kommen die zum Strand und denken sich, ja, der Strand ist vielleicht gar nicht mein Ziel. Also, ich freue mich. Wann auch,ublic zuunci! Zur Zeit! Für mich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.